Hi, also ich bin erstmal zu mir persönlich der Max, komme aus Reformen und bin 22 Jahre alt und ja hier sind wir gerade an einem Platz, der mir sehr wichtig ist hier in Magdeburg, weil egal wann ich hier auftauche, ob tags, nachts oder früh und egal wie schlecht es mir geht, an diesem Platz geht es mir immer gut. Ich fühle mich hier immer gebungen und sicher, hier ist mir noch nie irgendwas passiert, ob ich mit einer bunten Hose hier langlaufe oder einer Perücke mit Freunden oder alleine, es ist auch wunderschön hier, vor allem auch abends und ja, ich habe hier auch meinen Geburtstag dieses Jahr verbracht und ja, es hängen hier sehr viele schöne Momente an diesem Ort und auch die Elbe allgemein ist eigentlich sehr empfehlenswert, weil, weiß nicht, die Leute, die ich an der Elbe immer treffe, die sind immer sehr liebenswert und freundlich und auch aufgeregt. Ich hatte hier auch nie Streitgespräche oder wohl auch nie angefeindet, also ja, die Elbe kann ich eigentlich sehr empfehlen als friedlicher Ort hier in Magdeburg.